Jo Leute, ich bin der Ork Nost. In nächster Zeit werden einige Veränderungen hier kommen und die werden richtig, richtig gut sein. Nicht so wie die. Ich habe mich jetzt ein bisschen ausprobiert. Ich weiß jetzt, wie jetzt was genau so weiter gehört. Dazu war in der Woche mehr. Heute habe ich ein Paket bekommen, also ein Paket bekommen. Ich habe es mir eigentlich abgeholt, nämlich vom Volume Games. Nämlich der lieber Konrad, also ein guter Freund von mir. Der hat mir gesagt, ich muss das Paket unbedingt vor der Kamera aufmachen, weil ich habe keine Ahnung, was drin ist. Machen wir mal das Ganze auf. What? Oh mein Gott, Leute. Oh mein Gott. Warte, warte, warte. Ich tue kurz die Kamera umbauen. So Leute, das ist im Ton etwas anders, aber es ist hier... Das ist so vom... Also, was zeige ich da mit der Kamera? Ich vollidiot. Ähm... Hier, Black Ops 3. Hier steht noch ein kleiner Text von Activision verfasst. Opa, so sieht man das. So. Bei mir kann ich das durchlesen. Macht auf Stop einfach. Jetzt schauen wir mal, was alles drinnen ist, Leute. So. Die Geschichte von Black Ops. Gucken wir mal, was... Geil, das ist... Oh mein Gott, Leute. Oh mein Gott, da ist wirklich alles drinnen. Hey, der guckt... Der schaut aus wie ich ein bisschen. In XL natürlich, weil das mir passt. Gucken wir hier mal an. Black Ops 3. Richtig geil. Richtig, richtig, richtig geil. Ist zwar... Passe ich zwar noch ein paar Mal rein, weil das ist ca... Zehnmal so groß wie ich. Aber trotzdem nice. Mein Gott, ich zitte schon ein bisschen. So. Gucken wir mal, was drinnen ist. In dieser Giftbox. Und... Zwar, was haben wir drinnen? Nice. Nochmal Black Ops 3. Jetzt für die PS4. So. Was ist das hier? Ein geiler Block. Und haben wir noch was hier? Ja, wir haben noch was hier. Nämlich erstmals... Was ist das? Ein Schlüsselanhänger. Nice. Und noch eine Tasse von BO3. Was ist das? Ein Kartenhalter. Steht drauf. Kein Plan, was das sein soll. Es wird auf jeden Fall richtig, richtig nice. Obwohl meine Haare... Alter, ich muss dringend wieder zum Friseur. Die sind so viel zu lang. Auf jeden Fall hier nochmal das Shirt. Der Block. Das Buch. Das hier. Auf jeden Fall mal danke an Volume. Und danke auch an Activision, dass ihr mir das hier zugeschickt habt. Finde ich richtig geil. Weil ich mich noch so ein bisschen... Verplex. Weil ich mit was ganz anderem gerechnet habe. So ein kleines... Keine Ahnung. Ein bisschen... So ein buntes Paket aus allem. Aber da hat man meinen Geschmack auf jeden Fall getroffen. Äh... Ja. Und... Falls euch... Falls ihr auch sowas haben wollt. Oder wollen haben würdet. Dann gebt doch mal einen Daumen nach oben. Und wie gesagt. Ich weiß, dass in den letzten... Tagen und Wochen ein bisschen was falsch gelaufen ist auf meinem Kanal. Und deswegen wird es so eine ganze komplette Umstrukturung geben. Da habe ich mir schon in meinem anderen Notizblog einige Notizen so gemacht. Und dazu haben wir spätestens eine Woche mehr. Und ich sag tschau und bis zum nächsten Mal. Euer Knostli.